Dieses Experiment haben viele von Ihnen wahrscheinlich schon einmal gesehen. Wird ein volles Wasserglas mit einem Stück Karton bedeckt und umgedreht, so bleibt der Karton am Wasserglas und das Wasser rinnt nicht aus. Aber warum? Durch den Karton wird das Wasserglas abgedichtet. Beim Umdrehen kann dadurch keine Luft in das Glas dringen. Auf dem Karton lastet nun die Gewichtskraft der Wassersäule im Glas, also der hydrostatische Druck des Wassers. Gleichzeitig drückt der äußere Luftdruck von unten gegen den Karton. Der Luftdruck auf Meereshöhe entspricht ungefähr dem Druck, den eine 10 Meter hohe Wassersäule ausüben würde. Daher wird der Karton durch den äußeren Luftdruck an das Glas gedrückt und kann das Gewicht der Wassersäule tragen. Wovon hängt der Luftdruck ab? Der Luftdruck entsteht durch die Gewichtskraft der Luftsäule, die auf der Erdoberfläche bzw. über unserem Körper steht. Beim Aufstieg in höhere Lagen wird die Luftsäule kleiner, daher sinkt der Luftdruck. Zusätzlich nimmt die Luftdichte mit der Höhe ab, der Luftdruck sinkt daher annähernd exponentiell. Die barometrische Höhenformel beschreibt diesen Zusammenhang. Wenn man zu Hause eine digitale Wetterstation hat, kann man beobachten, dass der Luftdruck nicht konstant ist. Auch das Wetter beeinflusst den Luftdruck. In einem Hochdruckgebiet ist der Luftdruck im Vergleich zur Umgebung erhöht. Genauso ist er in einem Tiefdruckgebiet niedriger. Genauso ist er in einem Tiefdruck.